Weit draußen ist das Wasser des Meeres Kornblumenblau. Es ist so rein wie Glas. Und es ist tief, sehr tief. Dort wohnte auf dem Meeresgrund der Meerkönig mit seinem Volk. Seine Frau war schon lange tot. Und darum versorgte die Großmutter seine sechs Töchter. Die Jüngste war die Schönste. Sie war stiller als die Schwestern. Stundenlang konnte sie zuhören, wenn die Großmutter von der Menschenwelt erzählte. Und stets beendete die alte Meerfrau ihre Erzählungen mit dem Satz. Von dem Tag an, an dem du 15 Jahre wirst, darfst du aus dem Meer empor tauchen. Nacheinander wurden nun die fünf Schwestern 15 Jahre alt. Ach, was erzählten sie für schöne Dinge von der Erde! Ganz weh ums Herz wurde es da der kleinen Sehungfrau vor lauter Sehnsucht. Doch endlich kam der Tag, an dem auch sie zur Erde empor tauchen durfte. Als sie den Kopf aus dem Wasser hob, war es Abend. Ein großes Schiff lag vor ihr auf dem ruhigen Meer. Darauf waren Musik und Gesang. Man feierte den Geburtstag des jungen Prinzen. Neugierig schwamm die kleine Sehungfrau näher. Da erblickte sie den Prinzen. Er gefiel ihr so gut, dass sie die Augen nicht mehr von ihm wenden konnte. Doch plötzlich kam ein Sturm auf. Das Schiff schaukelte wild. Und dann brach mit lautem Krachen der große Mast. Langsam begann das Schiff zu sinken. Als es blitzte, entdeckte die kleine Sehungfrau den Prinzen. Er trieb im Meer. Da schwamm sie zwischen den gefährlichen Balken und Planken hindurch zu ihm, um ihn zu retten. Er war bereits ohne Kräfte und hatte die Augen geschlossen. Sie nahm ihn in ihre Arme und ließ sich mit ihm treiben. Am nächsten Morgen legte sie ihn am Ufer eines Klostergartens in die Sonne. Aus einem Versteck heraus beobachtete sie, wie ein junges Mädchen ihn fand. Wie dankbar der gerade erwachende Prinz es ansah, dachte er doch, das Mädchen hätte ihn gerettet. Traurig kehrte die kleine Sehungfrau nach Hause zurück. Als sie eines Tages erfuhr, wo der Prinz wohnte, beobachtete sie ihn vom Wasser aus. Immer größer wurde ihre Sehnsucht, ein Mensch zu sein. Sie wollte auch eine Seele haben, die nach dem Tod zum Himmel aufsteigt. Dafür wollte sie gern darauf verzichten, 300 Jahre als Sehungfrau zu leben und danach zu Schaum auf dem Meer zu werden. Eines Tages machte sie sich auf den Weg zur Meerhexe. Sie wollte ihren Fischschwanz loswerden und Menschenbeine haben. Wie ein Fisch schoss sie zwischen den grässlichen Polypen hindurch und gelangte nach einem gefährlichen Weg zur Meerhexe. Diese erwartete sie schon. Sie warnte die kleine Sehungfrau. Wenn der Prinz dich nicht so liebt, dass er dich zur Frau nimmt, musst du am Morgen nach der Hochzeit sterben. Doch die kleine Sehungfrau war entschlossen, ein Mensch zu werden. Und sie gab sogar ihre Stimme hin für den Zaubertrank, den die Hexe ihr zubereitete. Sie trank ihn am Ufer vor des Prinzenschloss. Sogleich verspürte sie einen solchen Schmerz in ihrem Körper, dass sie in Ohnmacht fiel. Als sie erwachte, stand der Prinz vor ihr. Er nahm sie mit in sein Schloss und gab ihr prächtige Kleider. Und weil sie nicht sprechen und nicht singen konnte, tanzte sie dem Prinzen vor. Er war entzückt von ihrer Anmut. Und sie war glücklich darüber, obwohl jeder Schritt sie schmerzte, als ob sie auf Messern liefe. Die kleine Sehungfrau blieb nun bei dem Prinzen. Des Nachts saß sie oft am Meer und ließ ihre schmerzenden Füße vom Meer umspülen. Da kamen dann ihre Schwestern und winkten ihr zu. Der Prinz aber liebte die kleine Sehungfrau so, wie man ein Kind liebt und nicht, wie man eine Frau liebt. So liebte er nur das Mädchen, das ihn nach dem Schiffsunglück gefunden hatte. Daher rüstete er eines Tages sein Schiff und fuhr auf Brautschau ins Nachbarreich. Die kleine Sehungfrau aber begleitete ihn. Der Nachbarkönig empfing sie freundlich. Doch seine Tochter war noch auf einer fernen Klosterschule. Sie traf erst am folgenden Tag ein. Neugierig beobachtete die kleine Sehungfrau ihre Ankunft. Kaum stand der Prinz der Königstochter gegenüber, da rief er, Du bist diejenige, die mich nach dem Schiffsunglück gerettet hat. Und er schloss sie in seine Arme. Die kleine Sehungfrau tat, als freue sie sich mit dem Prinzen. Aber in ihrem Herzen war sie traurig. Musste sie doch am Morgen nach des Prinzenhochzeit sterben. Noch an demselben Abend gingen sie an Bord des Schiffes und die Hochzeit wurde gefeiert. Es gab Musik und Tanz. Da tanzte die kleine Sehungfrau ein letztes Mal für den Prinzen. Später, als alle schliefen, stand sie ganz allein an der Reling. Plötzlich entstiegen ihre Schwestern der Flut. Sie gaben ihr ein Messer von der Meerhexe. Wenn sie damit vor Sonnenaufgang den Prinzen tötete, müsste sie selbst nicht sterben. Doch das brachte die kleine Sehungfrau nicht fertig. Sie starb daher bei Sonnenaufgang. Als Tochter der Luft konnte sie nun durch viele gute Taten nach dreihundert Jahren doch noch eine unsterbliche Seele erhalten. Aber das ist eine barbarlichkeit. Vielen Dank.